hallo freunde des guten geschmacks hier im sonnenaufgang mit skuldur und seine hand armbrust ich habe es hier bissel experimentell experiment der startrückler ist wieder da ja wir müssen schießen komm scheiß hoch was liegt noch gut dass du geschossen hast du hast mich geschockt du hast doch mit der schrotflöhe darauf geschossen oder ja aber der war nur am boden gelegen durch den rückstoß aber nicht tot ich habe jetzt zwei mittlere slots darum habe ich jetzt das so eine einschüssige abgesägte schrotflinde mit dem beil dran und so eine hand am brust also ja schauen wir mal aber es ist wieder ein level 1 jäger also darum schauen wir uns jetzt ein bisschen mehr das ist wollte ich eben auch gerade sagen dass wir wieder mit dem level 1 anfangen nein deine armen brust ja die schau dir aber gerade das schwirr ist irgendwie ich finde es gerade komisch weil die irgendwie reagiert also die ist irgendwie alarmiert und das sind über die insekten aber die greifen nicht dass die irgendwo jemand anders verfolgt wo ist denn eigentlich das ist hier drin oder was ich mach dir auf hey ich verstehe das gerade nicht kann man hier rein ich mache ja auch das ist jetzt einfach mal nach dieser scheiß aggressiv ist immer ja genau weg ich mag das ding am tippen wenn sie kommt ja ich habe auch da kommst du komm her komm zu papa komm zu papa jetzt gehen wir her jetzt gehen wir her da wo ist die denn bist du erwischt bist du erwischt ja oh gleich noch mal in den tunnel komm to me komm to me das wäre eh gut da muss so wenig wie möglich schießen das vielleicht dann würde ich gleich hierher kommen also hier ist so viel gewehre da wäre hier sind relativ viele laternen und sowas wow ah ist ja gut oh ich habe mich auch angefackelt ja weil die so blöd gekommen ist irgendwie aber war nicht schlimm aber die verliert nicht so viel mehr ne ich glaube du musst mir dann schlussleiten versuchen drauf zu schießen weil wow die ist so schnell die haben die spinne sowas von geändert das ist ja furchtbar grad aber ich hasse es hier grad richtig zu kämpfen muss ich sagen ich kenne mich ja warte ich muss mich erstmal bisschen umschauen hier grad ne ich habe einen lataner und noch mal okay hier ist ein waggon hier können sie reinkommen lol die kam ja von oben von oben können welche kommen dann ne hier ist zu oh hier ist noch 100 ne also es ist vom verteidigen her Achtung oh mein oh ich habe mich selbst angefackelt oh und jetzt bin ich auch noch also von kardam ein bisschen komm mal her oh mein gott ich habe ein ganzes ding wow lol ich bin gleich tot ich bin verkürftet kann mich nicht heilen oh die beugt mich leck mich Alter ich muss echt nachkampf machen mittlerweile Alter die macht grad richtig hardcore stress Alter die spinne die ist richtig hart ey die nervt mich grad richtig so scheiß Viech neeeeeee ja ich bin so unsicher weil draußen ganz Pferde irgendwelche Viecher rumschreien und sowas ja ja ich habe komplett einen Balken verloren wegen einem Feuer ich schau immer wieder raus ja genau ran mit dir ach gott uuuuuh ich sterfe uuuuh 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 die ist so aggressiv das bin ich nicht mehr gewohnt aua schulder vergiftet uuuuh 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 Die ist, die ist richtig, au, au, schaffst du schon, ich verteil hier oben mal ein paar Fallen. Ah, der hört wieder auf, ich hasse Spinnen, lass mich in Ruhe. Ah, das ist richtig assi, wenn man vergiftet ist, kann man nicht heilen. Boah, da geht's ja weiter, hier ist er auch noch. Ich muss ihn mal heilen. Oh, die ist bei mir. Boah, da ist noch nehmale Laterne. Können wir wieder runter gehen, ich tu dann eine, eine Falle bei der Treppe hin, ne? Ja. Ah, das ist gut. Also, ich bin unten. Oh, er hat, sie hat weg. Oh nein, ich geh weg da. Oh, jetzt kann ich auch noch. Du läufst da noch rein. Was, sie hat mich erwischt, ich lag am Boden. Ja, ich hab gehofft, dass du die Treppe runterläufst. Oh, komm, die ist gleich tot. Ich treff sie nicht mehr. Warum ist das Fenster offen? Gute Frage. Komm, ein Schuss noch, ein Schuss noch. Aber wir müssen, die müssten wir unten töten. Wir müssen runter, komm. Und warum ist die Falle ausgelöst? Und warum ist die Falle ausgelöst? Du hast sie glaube ich noch nicht mehr aufgestellt. Ich hab die Falle jetzt oben aufgestellt, okay? Gut. So, jetzt die Spinnen einfach unten killen. Jetzt werden wir schon gleich hinbekommen. Jawoll. Ist die tot? Ja. Oh, das ist echt besser. So, okay. Also oben sind die Fallen ausgelegt, normal. Oh, hier ist nochmal ne Treppe, hier ist nochmal ne Treppe. Hier kommen wir nochmal runter. Oh. Oh. Hier. Okay, oben. Oh. Okay. Da hab ich ne Falle hingelegt. Also ich bin hier unten beim Waggon. Die können eigentlich nur hier kommen, oder? Eine Falle hab ich noch. Die leg ich bei der anderen Treppe hin, okay? Okay. Oh, an die jetzt. Aber die lege ich unten hin, okay? Mhm, okay. Scheiße. Also unten bei der Treppe liegt ne Falle. Oben liegen echt viele Fallen, also. Bei uns wär noch ein Ausgang, ne? Also wie können das denn? Könnte direkt raus. Die können ja jetzt... Gut, du siehst, du hörst es ja, wenn die das aufdrehen, ne? Da ist man sicher, dann... Ja, ja. Da bestehe ich direkt daneben. Oben können sie halt, aber da hören wir hoffentlich die Schritte oder sowas. Oben hören wir den Schritt, oben hören wir auch Hunde pro meine Falle. Hoffe ich. Gut, und ich bin beim Waggon, da gibt's zwei Türen. Und kann die da eigentlich ganz gut verteidigen. Achso, oben hab ich echt viele Fallen ausgelegt. Ja, bei unserem Glück laufen wir ja noch rein beim Fliehen oder sowas dann. Ja, ja, ja. Sollen wir nicht dran denken. Sollen wir nicht dran denken. Also wir müssten eigentlich unten raus, oder? Obwohl... Ja gut, du weißt ja hoffentlich wo sie noch sind bei den ganzen Ausgangen. Entschärfen und dann können wir natürlich auch... Oh Gott. Das ist lustig, ne? Wir sind gespawnt und direkt überschwunden. Das ist... Obwohl die eigentlich die Wahrscheinlichkeit der reduziert haben eigentlich, ne? Also... Mhm. Lustig. Ja, irgendwann passiert's heute. Ja. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit... Ich kann mir vorstellen, dass wenn sowas passiert, dass die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass die Lobby voll ist. Ja. Das kann sein. Ich bin grad gar nicht so nervös. Also es hält sich grad stark im Grenz... Ja, das ist halt... Level 1 Jäger und so. Ja. Hier schritte... Metall. Ja. Oben. Ja. Die sind oben rein, ja. Ja. Okay. Einer ist in die volle rein, oder? Du bist relativ nah bei dem Ding, oder? Könntest du's eventuell nehmen? Obwohl die können... Ach, das ist bei der Nähe von der Treppe, ne? Das ist völlig. Ich glaub, die kommen gleich runtergeprescht. Sie kommen, ja. Kommt, äh, ist da. Sie sind unten, beide unten. Hab's gesehen, ja. Oh, der ist direkt vor mir! Ich bin tot. Nein, doch nicht. Hilf mir! Er ist tot, er ist tot! Einer ist tot! Ja, ich muss mich schnell heilen. Lol, ich hab' ihn nicht gesehen, ja. Der andere ist auch tot! Oh, du bist ein Schatz! Du bist grad so ein Gott! Ich kenn' dich echt, ohne Witz, wenn du weiblich wärst, ohne Witz, ich dachte ich von hinten und von vorn gleichzeitig nehmen. Keine in der Nähe! Keine in der Nähe! Ich dachte ich von hinten und von vorn gleichzeitig nehmen, ne? Ich hab' auch grad so erschrocken. Weil ich hab' die gesehen, aber ich hab' nicht gecheckt. Ich dachte, die sind wieder hochgelaufen. Du bist so ein Schatz! Oh! Alter, dass ich die jetzt beide gewonnen schüttet hab, das find' ich jetzt krass. Geil! Ich, ich liebe dich! Ich liebe dich dafür! Soll' ich jetzt Waffe wechseln? Soll' ich die Wetterli nehmen? Wo ist denn der andere? Das Lustige ist, der wollte mich mit dem Nahkampf rausnehmen, der Typ. Und hat gar nicht geschossen. So, nee. Nee, ich behalte meine offen. Er hat ne Wetterli mit Bajonett. Ja, gut, aber Bajonett und nicht Bajonett. Also, du hast auch eine Wetterli gehabt? Ja, ich hatte auch noch. Äh, Moment. So, gleich. LOL, der Wäuchler ist auch direkt bei uns. Was? Wollen wir hier nur da rausgehen? Was? Nee, komm! Mach ma! Le Jäger 1! Gut! Aber ein Meuchler ist schon... Hey, wie komm ich hier raus? Wir könnten hier über den Waggon... Komm mit! Aber es müssten noch relativ viele da sein, ne? Holy Shit! Komm! Ähm! Moment! Schuss! Was? Ich hab kein Schuss für... Direkt vor uns! Äh, 75 Zweijäger. Die haben grad die Frau gekillt auf dem Waggon. Auf dem Waggon? Ja! Wo die vor uns so verrückt gespielt hat. Auf fucking hell! Dass du das jetzt nicht gehört hast? Was? So! Was machen wir jetzt? Also ich bin jetzt eher im Nahkampf. Also du bist eher im Fernkampf. Also du bist eher im Fernkampf. Gut, also Meuchler, jetzt müssen wir uns erstmal verteidigen, bevor wir Meuchler machen. Hardcore wärs natürlich, wenn die uns jetzt belagern und die Meuchler-Typen dann zu uns kommen. Sind sie immer noch vor uns? Ja. Aber nicht, dass das die... Ich will jetzt auch nicht meine Sicht die ganze Zeit verbraten, Alter. Nee, ich hab nicht. Ach, das ist wieder doof. Aber dass es hier nicht so ein Scheiß-Ding gibt, wo ich hochgehen kann. Bisschen. Wo ich drüber gucken kann. Wollen wir abwarten, was die Meuchler-Typen machen? Könnten ja... Wobei, wenn wir auf der anderen Seite rausgehen... Ja, also irgendwas sollten wir jetzt machen. Wir sollten uns jetzt nicht einpacken. Genau. Auf einen anderen Ausgang. Hier... Ach, wir könnten hier rausgehen, wo wir reingekommen sind. Ja. Theoretisch. Also ich hab noch zwei Sichten. Nicht drei. Gut, jetzt sollten wir noch... Wobei du hier relativ safe bist mit deiner Schotze, ne? Ja. Ich geh mal hoch und guck mal ein bisschen aus den Fenstern. Wie sind die hier? Die haben echt die Falle. Nicht. Ausgelöst. Ich fress den Besen, Alter. War das ich nicht, ne? Guckst du noch mal kurz, oder? Okay, warte. Ich guck noch mal kurz. Also eine war bei 45, den anderen hab ich jetzt nicht mehr gesehen. Der macht Nahkampf. Ja, ich seh'se. Die sind jetzt relativ nah. Du gehst grad, ja. Also Richtung 30, 45. Ich seh' aber leider niemanden. Achso, ja. Die sind jetzt da. Wo? Bisschen schon bei Richtung Null. Ich komm nicht durch den Waggon. Ah ja, ich seh'se. Ah, was soll ich machen? Es wär' natürlich geil, wenn's einfach dadurch jetzt durch diesen Waggon kommen würden. Und Dynamit? Ja, will er weg. Oben! Oh! Ich bin oben. Boah, es ist hier staubig geworden. Die sind oben. Oben. Ja, ich seh'se. Die haben uns ein Tor geöffnet. Haben nicht reingekommen. Die sind oben. Die sind oben. Was? LOL! Wie ist der da hingekommen? Alter, ich hab doch gesagt, dass er so... Ja, ich bin hier oben, aber ich hab den Eingang nicht gesehen, wo die reingekommen sind. Ich heil mich kurz. Vielleicht läuft da ne Falle. LOL, Alter, wie viele Dynamitstangen haben die denn? Pass auf, auf die Falle hören. What the fuck, Alter? Wie viele Leute sind da noch? Okay, Moment. Das wird grad bisschen... Hol... Sind da mehr... Ich glaub, da sind mehrere. Hast du noch ne Sicht? Ja. Ja. Nochmal, nochmal kurz. Über uns zwei. Oder drei. Schau, du... kannst du kurz nach rechts gucken? Nach rechts hier? Ach, da ist die Falle. Ne, warte, da ist die Falle. Passt schon, passt schon. Ja, aber die kann man leicht rüberspringen. Ah. Wenn man die sickt, dann kann man drüberspringen. Ja, ich hätt noch ne Feuerbombe. Ich hätt noch ne Feuerbombe. Vorsicht, das ist noch ne Treppe, ne? Oh ja, stimmt. Äh, da macht irgendwas auf. Ich wünsch mir grad so, so dermaßen ne Schrotflinte, das glaubst du gar nicht. Was? Weil ich grad auch irgendwie in Hand wie in Call of Duty grade irgendwie ziemlich Pech habe. Und die mir stand... Hab einen getroffen. Schön. Hab ihn nicht getroffen, aber er mich wieder, standardmäßig. Hab ihn auch nicht getroffen. Ich hab mich schnell. Obwohl, ne, Quatsch. Brauch ich nicht. Ich hab noch ne Feuerbombe. Ich überleg... Getroffen. Ach, die Falle haben sie ausgelöst. An der Treppe. Einer ist da oben. Ich hab nicht mehr so viel Schuss. Das... Ich muss vielleicht eventuell gleich die Waffe wechseln. Auch nochmal getroffen, alter. F*** nicht viel aus, alter. Jawohl! Einer ist tot, oder was? Ja. Muss Waffe wechseln. Aha! Falsche Waffe! Wo hast du den gekillt? Oh! Er hat mich erwischt! Na, warum erwisch ich die nicht? Was gibt's doch? Mäh! Hab ihn! Oh, alter. Lol. Alter, du gehst grad so ab. Ich hab heut kein Aim. Null. In keinem Spiel. Wirklich. In kein einzigem Spiel. Ne. Heute läuft's gar nicht. Ich darf heute eigentlich gar nicht zocken. Ich glaub, danach muss ich echt aufhören. Komplett zum zocken, weil... Ich hab nicht einen Schuss getroffen. Das ärgert mich so hart. Kannst du dir nicht vorstellen. Der ist in die Falle gelaufen. Hast du noch ne Sicht? Ja. Zwei Stück. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz gucken? Ist der tot? Ich seh niemanden. Gut, dann ist der tot. Jawoll, der liegt da. Nice. Hallo, die sind an vielen Fallen gelaufen, ne? Ja. Cool. Alter, du gehst... Du bist doch nicht abgegangen, Alter. Das ist... Echt, ja. Holy Shit. Schade, dass das nicht die Leute mit den Beuten waren. Aber die sind doch da, oder? Oder... Ne, die sind... Die sind schon raus, ja. Ja, du geh mal auch raus. Hm, oder? Ja. Boah. Nice, Alter. Ich bin richtig stolz auf dich. Pass auf, die Fallen, ne? Obwohl, ne. Die haben sie eh mal. Die meisten haben sie... Warte, wo müssen wir überhaupt hin? Da. Ich dat unten wieder rausgehen. Dort bei den Locks da, wo wir vorhin waren. Weil das war in die richtige Richtung. Hier sind's auch reingelaufen. Auch die Fallen, die haben schon... Haben schon gut gemacht. Ja, ja. Was da war... Wer da verreckt ist. Hä? Wo ist das denn? Ja, hier raus. Guck mal, wenn wir hier aufgucken. Na ja. Dann geh mich auf. Bam, Hedgehammer. Das ist einfach der typische. Hier nach links. Boah, ich hatte einfach grad so richtig Glück mit meiner Waffe, ne? Also... Ja, also... Ich hab nicht einen Schuss, nicht mehr aus der Hüfte, nicht... Nichts getroffen. Ich bin auch so ruhig geblieben irgendwie. Ich hab jeden Schuss getroffen. Jeden Schuss. Und die haben nur daneben geschossen. Ne, ich gar keinen. Das ist das Kranke. Ich hab auch nur daneben geschossen. Ich weiß nicht. Aber ich bin ruhig geblieben. Es war nicht so, dass es echt hektisch oder so war. Es war einfach nur... Er kam raus und ich hab geschossen. Und es hat... Hat kein Hitbox gemacht. Aber ich war mir irgendwie so sicher, dass ich den treffen muss. Weil... Ich wusste gar nicht, wie ich daneben schießen soll. Aber so eine Sicht... Oder so groß... Ist das Ding gleich hier? Äh... Äh... Echt nur... War irgendwie... Eine schnelle... Kleine... Ich glaub so... So kurz war die jetzt gar nicht, ne? Ne, 23 Minuten. Bis jetzt. Ja... Hey, schaust du noch mal? Geht irgendwie. Ja, normalerweise haben wir über 40 Minuten, also... Oder bis 40 Minuten. Ey, ich schau noch mal. Ne, alles gut. Jetzt hab ich keine Sicht mehr. Gut, also... Schade, ich hätte aber auch gern Kill gemacht irgendwie. Aber ich hatte jetzt zu diesem Spiel, hatte ich echt die falsche Waffe. Ja. Ich seh's so, ich hab jeden... Ich hab jeden Schuss abgefangen für dich. Ja. Ich hab mich immer vor die Kugel geworfen. Aber das ist wirklich so teilweise, weil die haben immer nachgeladen oder... Ja, ja. Wann immer auf mich fixiert, während du dann von hinten kamst, Rotfle. Ne, aber das coole war, du bist nicht immer verrückt beim ersten Schuss. Wie sonst immer. Zack, Headshot ist sowas. Ja, stimmt. Das war echt vorteilhaft, dass du nicht gleich verrückt bist. Oder einer von uns generell. Immer. Weil das ist immer das Problem, dass wir One-Shot weg sind meistens. Das stimmt ja. Immer so ein Headshot und dann ist es vorbei, ja. Da hatten wir jetzt echt Glück. Ich hab gar nicht nachgeguckt, was die jetzt für Waffen hatten. Die hatten auch die Verteli und die Romero. Die Romero hätte gefährlich werden können, aber ich glaub den hast du vorhin rausgegangen, mit denen ich kein Konzept... Ja, ja, genau. Ja, weil ich wollte dann nach oben gehen, ne, weil ich dachte, wo du gesagt hast, oh, ich hab den einen gekillt oben, da dachte ich mir, oh, jetzt würde ich den wiederbeleben wollen. Und ich komm dann schnell von hinten und schieß auf den, ne. Aber... Der andere ist einfach runtergepustet. Ich bin dann hoch und genau in dem Moment, wo ich hochgehen wollte, ist der von der Ecke vorgekommen und dann hab ich einfach... Ich glaub... Das Problem ist immer, ich glaub ich schieße, während ich mich schon wieder zurückdrehe. Und dann bin ich halt gleich runtergesprungen, weil er auch Panik bekommen hat. Gott sei Dank hat er mich nicht ganz erwischt. Das Gute ist, dass er gleich hinterher gelaufen ist und dann konnten wir nicht... Ja, das war beunerwartet. Ich glaub, der hat gesagt, er kann mich noch schnell irgendwie rausnehmen. Ja. Deswegen... Ja, weil er mich gut erwischt hat, das muss ich auch sagen. Ich hab nicht mehr viel Leben, ich hab geblootet und nicht mehr viel Leben. Alter, du hast vier Jäger gekillt, ey. Oh, nice. Nice. Richtig Schneisart, um euch das anzuschauen. Geht aufs Guldos-Kanalneinspruch. Ja. Gut. Mir war geil. Dann vielen Dank fürs Zuko-Gel. Mal eine etwas schnellere Runde ohne Überlänge und eine geile Runde. Die war wirklich geil. Ist ja echt sehr spannend. Hammer. Ja, das war jetzt echt eine coole Runde. Muss ja echt sein. Das ist ja spannend, ja. Hat voll funktioniert. Hat aber wohl nicht so funktioniert mit dem, mit dem, mit dem... Mit der anderen Beute, wie unser Plan war, aber... Gut. Kann ja nicht immer. Ja. Die Angsthassen sind halt rausgelaufen. Können wir leider nicht dagegen tun. Nee, sag sowas nicht. Ich hab auch überlegt, ob wir rausrennen. Ja, pst. Pst, okay. So, gut. Dann tun wir mal die Aufnahme wenden. Okay, danke fürs Zuschauen und... Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.